Hier mach ich noch n... Du laberst einfach nur einen Stoss. Hier immer. Hier blockier ich nochmal. Du hast mal gemerkt, dass ich mehr laber, wenn ich nicht geschlafen habe, als wenn ich geschlafen habe. Ja. Sonst gehst du nie wieder schlafen, wenn du aufnimmst Feuer. Nein! Nein! Vincentus, nein! Ah! Ah! Nein! 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 Okay, ja, mal Bratwurst. Hm! Hm! Ah! Hm! So lastisch und so geil. Ich brauche einen davon, einen davon. Ich brauche einen davon, einen davon. Ich brauche dich. Ich brauche dich und dich. Ich brauche dich und dich. Hoi! Ich brauche dich und dich. Nein! 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 Boch, nö! Ich brauche auch noch Eier! das ist doch kacke warum musste diese eine biene eier züchten warum macht die denn ich merks ja ich würde jetzt ausschalten ich brauche nur ein eier irgendein arsch hat in pulverweiser schoko befeder reingetan und auch schau sie müssen du bist gemein das nicht so richtig genau wie hust huste die der reine die ordentlich das an das und das und eine davon noch unten die reihe voll mit jujometer die die mittlere reihe links und rechts und ganz oben in der mitte naja kann das passen vier verschiedene sorten das doch das kommt hin doch doch das kommt hin dass das 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 kommt hin jetzt weiß ich aber nicht für was 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 war wasser ja ich habe nicht aufgepasst was habe ich neben mir also nicht viertel nach vier und zwar das grün rot weiß ist für bienen wenn ich jetzt mich nicht falsch irre genau naja dann haben wir acht völkchen ne acht wölkchen oder sieben wölkchen haben wir dann völkchen und dann noch eine viertel stunde drauf machen aber neuner so ihr müssen alle bienen rein ins grüne kultivierter kommen was was nobel majestätische unwary diligent die die jawoll ich kann hier nur 1 2 warum passen so wenig rein 1 2 3 neun stück passen hier nur rein das ist das für ein scheiß so blau dann müsste das rot sein in rot nein jetzt ist er sie den hund ne übrigens habe ich auch kein echo bis jetzt von mir gehört ok links links muss das rein was was ist denn jetzt links und der soll die fressen gelb nein ich hab das ich bin das blöde ja das bist du wirklich das kommt in gelb das ist wirklich blöd das kommt alles in ach grün schwarz 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 blau jetzt hab ich was gehört grün grün ja der ja jetzt jetzt aber richtig ja weil er jetzt hier vorne am fenster ist jetzt geht es richtig ab oder irgendjemand anders noch ne hat er mal ah ok ah 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 nur der hund ah spinnt wieder und költ da draußen achso was ist das denn hier äh äh liest das hier nur liest er ja ja laber nicht so ich könnt mal wieder äh mein künstler nicht hab ich der forum admin oder was war euch los ja hörst du doch das hab ich schon mal das ist doch super so jetzt kann ich den Rest wegschmeißen hm hm kann da kommt ihr bien mal weg das ist ja sowieso interessant das Ei kommt auch weg ach ja das hab ich das hab ich da bissiisch oh hier kann ich mal wieder ein paar reinschmeißen machen wir noch ein paar stickies hab ich da noch welche von ne oh das hat man voll hier zackbam voll reingehauen ich glaube es auch wohl scheiße hm 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 das weiß ich sogar hm oh oh ok es hat der Stuhl hat es abgedämpft eh fixer hey der Stuhl war es ja lass uns fahren lassen jetzt schnitt jetzt erstmal ne runde hm hm ich muss grad mir verkneifen dass ich meine Nase aufziehe zummechste mach ich das ganz leid ja würd ich auch sagen ja ja doch ist so ich sag aber trotzdem ja ja würd ich auch sagen glaubst du immer wieder nicht wozu auch denis äh einfach nur weil du mir mal vertrauen könntest ok würd ich auch mir nicht naja oh ok 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 ich habe gesagt ok »s Maul« naaa ach Tablober nicht die 32 AlgDadys ich weiß nicht wieviel raldies die brauche ich und ich glaube das kirschholz dabei ist am besten aus ich glaube das kirschholz war gut dafür gedacht nein ich meine ja ja das kirsch ist es gewesen ach ja noch ein ach komm jetzt ernsthaft hier fangen wir nicht mit dem ersten an und er kann direkt dann brauche ich sag mal wie noch ein chunk lauter ich glaube nicht hast du noch ein oder hier stellt aber den chunk lauter hinten einen tacken ist mir jetzt auch egal wenn jetzt halt noch ein chunk mehr lädt ob ich den angehen ist also erst mal schaulaser mal gucken was er wirklich einnimmt ganz knapp vorbei er geht hier ernsthaft ganz knapp vorbei ich sehe es jetzt nicht armes tuff tuff wein noch nicht ich musste nur einmal noch ich brauchte nur einmal kurz umsetzen ich weiß ich mal ab dann komm du mal was ist los mit dir keine ahnung ich möchte schon gar nicht mehr was ich für müll labern showlaser ja komm das lassen wir uns hier ich muss ja irgendwas labern weil ich hier die ganze zeit nur hin und her ach so warum sagst du es nicht dass du das machst ich brauche normale pipes und zwar die kurbelstuhl einmal einmal kurbelstuhl hoffentlich habe ich ja nein brauchst du aber nicht nein lass mich jetzt nein ich brauche die nein waterproof waterproof jetzt schlägt alles an gehenden strecken alles jetzt kommt alles raus sind erst noch ein draus das wurf nicht mehr ja ich bin wirklich beide durch mit dem nein ich sag nichts das ist ja lieber ich halb bloß das ist bei dir aus ich bin gleich braver junge der brave junge dir ins gesicht if items im inventory pumpen mehr brauchst du nicht machen spaß dir so zwei holz rein wollen das erste misting mal auf was auf alter er wollte mich den importen hier so ich fange ich vorne so jetzt geht es ab hier entweder crash test aber jetzt weil er das nicht kapiert das ding und 321 da ist es Haaa, leise das Hat du ein bisschen länger gebraucht für Ja da brauch ich auch länger für Aber das ist geil, das Kirschholz genau das gleiche hat Am Muster Jaa Siehste mal, guck mal das ist Kirschholz Ist noch ein bisschen dunkler Ja, hab ich auch im Oberzimmer Naja, Aua Braust du mich Einfach nur so, weiter Lust zu haben So, das haben wir schon mal einer steht schon man kann nämlich schon mal eine bienengruppe umziehen und ich würde sagen die mit dem polen die polen können umzuhören die ballen fange ich nämlich schon mal an hier sich einzusiedeln polnischen bienen kommen jetzt auch ein paar bienen hier wollen nicht ich weiß machen auf jeden fall ist es ja aber ich sehe nicht dass sie rumschwingen das ist blöd normalerweise wird auch meckern ja cheater du bist ein cheater du bist ein was ich möchte aber noch eine viertelstunde machen nur eine viertelstunde nur noch die geht schnell um du kannst du doch meinen wunsch nicht abweichen schon sei nicht so hart zu mir nein doch er ist ja gut okay ja chris hat gern willen ja ja hab ich dann möchte dass mich fertig wenn das hier ist dann kann ich oben ein bisschen reinpumpen heute sind das hier um aber auch können wir jetzt beenden labern ist doch mal aber ich bin nicht ich glaube doch nicht ach komm du hast doch null ahnung doch keine ahnung doch oder keine ahnung eine ahnung hat du hat du 12 12 12 ja ja können wir ich mache noch ein bisschen hier noch nach dem ist nicht ab und jenes kostenlos das hat man bestimmt nicht verstanden aber ist egal das ist ein gimmick nur sagen astro vego